Denn es heißt immer wieder, mit Putin lässt sich nicht verhandeln. Der Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Auch das ist eine Aussage, die wir Tag ein, Tag aus in den einschlägigen Mainstream-Medien lesen können. Denn Verhandlungen sind in der Ukraine ja per Dekret verboten worden. Wladimir Putin hat jetzt kürzlich in einem sehr viel beachteten Interview mit Taka Karlsson gesagt, dass er zu Verhandlungen bereit ist. Und auch Sie haben schon mehrfach in Interviews ausgeführt, dass damals im April, ich meine am 9. April 2022, es in Istanbul schon ein Abkommen gab, das Abkommen von Istanbul, wo ein Verhandlungsfrieden schon quasi ausgehandelt worden ist. Dieser wurde dann vom Westen aber boykottiert. Wir erinnern uns damals, Boris Johnson direkt nach Kiew geflogen, um mit Selenskyj das, um Selenskyj das wieder auszureden und davon zu überzeugen, das auf dem Schlachtfeld zu regeln. Ja, was sagen Sie denn dazu? Also kann man mit Putin tatsächlich nicht über Krieg und Frieden verhandeln? Natürlich kann man mit Russland verhandeln. Also die russische Verhandlungsposition, die ist ja auch relativ klar. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, weil gerade im Chat einige sagen, ich solle, also auf YouTube schreiben die Leute in den Kommentaren immer, ich soll weniger dazwischen reden. Jetzt hier auf Twitch schreiben die Leute, ich soll mehr dazwischen reden. Also entscheidet euch mal. Also anscheinend habe ich ein sehr divergentes Publikum zwischen YouTube und Twitch. Naja, ist ja auch egal. Natürlich kann man mit Russland verhandeln. Also die russische Verhandlungsposition ist vollkommen klar. Ja, Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das sind die wichtigsten russischen Forderungen und also das sind die zentralen russischen Forderungen. Und die Forderung, die wirklich für den Frieden essentiell ist, die Russland wahrscheinlich auch nicht aufgeben wird, ist die der Neutralität. Das war 2022 in den Friedensverhandlungen auch die wichtigste Forderung. Damals wollte Russland auch noch keine ukrainischen Gebiete annektieren. Also das ist eine Forderung, die erst 2022, ich meine im Herbst, dazugekommen ist. Also Russland verschärft seine Forderungen, je mehr sich die militärische Position der Ukraine verschlechtert. Wenn der Westen auf Kompromissunwilligkeit setzt, dann sagt Russland, okay, dann verschärfen wir eben unsere Forderungen. Aber zur Verhandlung war Russland immer bereit. Also da braucht man auch, glaube ich, gar nicht groß spekulieren. Also da ist die russische Regierung ja völlig offen. Es ist ja nicht so, als ob sie ein riesengroßes Geheimnis aus ihrer Verhandlungswilligkeit machen würde. Zunächst mal, wenn der Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, dann wird es die Ukraine, so wie sie heute besteht, nicht mehr geben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Diejenigen, die das sagen, die glauben ja, dass die Ukraine letztlich Russland besiegen könnte. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Ich will das nochmal ganz kurz sagen. Es wird einmal gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Dann wird gesagt, die Ukraine muss militärisch siegen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Einen Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Das bedeutet für die Ukraine, sie müsste in der Lage sein, die von Russland jetzt besetzten Gebiete zurückzuerobern, die Russen aus dem Land zu treiben, die Krim zu befreien und so weiter. Das halte ich für ausgeschlossen. Die Frage ist dann die zweite. Wäre die Ukraine in der Lage, Russland militärisch zu besiegen? Russland ist, die russischen Streitkräfte sind so massiv überlegen und in vielen Fähigkeitsbereichen verfügen sie wirklich über Fähigkeiten, die ihnen erlauben, wirklich eine ganz offensive Kriegführung durchzuführen. Ich muss jetzt hier nicht die Hyperschallwaffen erwähnen, sondern beispielsweise die enge Verbindung zwischen Aufklärungssystemen und Wirksystemen, also Waffensystemen, die es ihnen erlauben, praktisch innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, nachdem sie ein Ziel aufgefasst haben, das auch erfolgreich zu bekämpfen. Hinzu kommt die Luftüberlegenheit, über die Russland verfügt, die es ihnen erlaubt, praktisch unbegrenzt ihre Kampfhubschrauber einzusetzen. Also da muss man wirklich sich mal genau informieren, wie tatsächlich die Verhältnisse der Kampfkraft zwischen Russland und der Ukraine sind. Da liegen Welten dazwischen, ganz abgesehen von den personellen Schwierigkeiten der Ukraine. Das ist das eine. Das ist also, wenn wer behauptet, das muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden, das halte ich für völlig unsinnig und auch nicht, überhaupt nicht, im Interesse der Ukraine. Vor allen Dingen nicht im Interesse der ukrainischen Bevölkerung. Da kommt mir überhaupt in der gesamten Diskussion, wo es um Prinzip hingeht, um Werte und so weiter, kommt mir das zu kurz, dass nicht an die ukrainische Bevölkerung gedacht wird, sondern dass die vielen hunderttausend Toten einfach hingenommen werden und dass man bereit ist, weitere Tote und Schwerverwundete hinzunehmen und die Zerstörung des Landes hinzunehmen. So und jetzt aber zu der eigentlichen Frage. Meine Antwort ist, wenn jemand sagt, ja mit Putin kann man nicht verhandeln oder will man nicht verhandeln, kann ich nur sagen, Putin hat ja verhandelt. Also das ist ja schon durch die Tatsache widerlegt, dass er nicht nur verhandelt hat, sondern dass er auch bereit war, durchaus ein sinnvolles, auch für die Ukraine ein sinnvolles Abkommen abzuschließen. Denn die wesentlichen Aspekte dieses Abkommens von Istanbul, die hat, was die ukrainische Position betrifft, Selenskyj schon vorher gesagt, vor den eigentlichen Verhandlungen. Selenskyj ist für mich im Grunde eine unglückliche Figur, eine tragische Figur, weil er nämlich durchaus bereit war, ein für die Ukraine durchaus vorteilhaftes Verhandlungsergebnis zu akzeptieren, aber ihm das untersagt wurde und sicherlich auch mit der Zusage, du im Übrigen bekommst du alles von uns, was du brauchst, um die Russen zu schlagen. Das hat er nicht übersehen, aber das hat der Westen eben auch nicht übersehen. Diejenigen, die ihn dazu gebracht haben, dieses Abkommen nicht zu akzeptieren, sind davon ausgegangen, dass die Russen zu schlagen wären. Und das ist eine völlige Fehleinschätzung des Westens gewesen, also zumindest der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Aber ich gehe davon aus, auch andere europäische Staaten. Eine völlige Fehleinschätzung. Die russischen Streitkräfte sind heute wesentlich kampfstärker als vor Beginn des Krieges. Sie sind sogar wesentlich kampfstärker als sie beispielsweise während der Zeit des Kalten Krieges in den 80er Jahren waren. Das und zwar in vielerlei Hinsicht auch technologisch. Und wenn dann, das will ich vielleicht nochmal bei dieser Gelegenheit einmal deutlich sagen, weil es wird ja dann auch immer gesagt, naja, die haben da diese alten T-62-Panzer und sie haben ja gar nichts mehr. Die Russen kalkulieren eindeutig das Risiko ein, dass es zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommt. Und halten erhebliche Bestände zurück, erhebliche Kampfkraft zurück, auch personelle Kampfkraft zurück, für diesen Worst Case aus ihrer Sicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Russen nicht die Absicht haben, die NATO anzugreifen, sondern dass im Grunde genommen das vermeiden wollen. Aber sie sehen eben auch aufgrund der Bemerkungen, wie beispielsweise der von Präsident Macron jetzt, aber auch von anderen westlichen Politikern, sehen sie, dass dort ein, na sagen wir mal, ein Restrisiko besteht, dass es doch zu einer militärischen Konfrontation kommt. Und darauf sind sie vorbereitet, darauf haben sie auch ihr Kräftedispositiv ausgerichtet. Darüber muss man sich im Klaren sein. So, was jetzt die Verhandlungen betrifft, da ist ja auch in den deutschen Medien, also in den amerikanischen Medien überhaupt nicht, da sind ja sehr schnell im Foreign Affairs Magazin, aber auch bei Responsible State Craft, sind Artikel erschienen, die im Grunde genommen das bestätigt haben, was auch in ukrainischen Zeitschriften stand, im Zusammenhang mit dem Besuch von Boris Johnson. Jetzt ist ja sogar, das Wall Street Journal hat ja jetzt sogar den Vertragstext in die Hand bekommen. Ja, ich weiß nicht, wie ein russisch-ukrainischer Vertrag nach Amerika kommt, aber sie haben ihn bekommen. Es stimmt, was sie schreiben, 17 Seiten. Sie haben sehr präzise auch beschrieben, was in den Anlagen steht. Beispielsweise, dass es in den Anlagen dieses Vertrags, des 4. Vertrages, da waren Obergrenzen für die ukrainischen Streitkräfte angegeben. Die werden sehr genau im Wall Street Journal benannt, dass die Russen relativ niedrige Zahlen für die Ukraine wollten, die Ukrainer höhere Zahlen. Das sollte dieser Punkt und ein zweiter Punkt, nämlich der Details zu der Regelung für den Donbass, also damals waren es ja nur diese beiden Regionen, Luhansk und Donetsk, sollten in einem bilateralen Gespräch zwischen Zelensky und Putin geklärt werden. Auch das wird deutlich in diesem Bericht des Wall Street Journal. Also alle die Deutschen, die jetzt, ich habe das ja bis zum heutigen Tag, wird immer wieder gesagt, ja, also das sei nicht wahr, dass es einen solchen Vertrag gab, das sei eine falsche Information und so weiter. Aber ich hoffe jedenfalls, dass der eine oder andere durch die Tatsache, dass das Wall Street Journal selbst ein paraffiertes Exemplar offenbar in der Hand hatte, dazu gebracht wird, endlich diese Fehlinformationen, diese Desinformationen aufzugeben. Ja, und das führt uns... Ja, dieses Wall Street Journal verbreitet wahrscheinlich russische Propaganda. Aber ihr habt es hier gerade nochmal von Harald Kujert gehört. Die Bemerkung ist jetzt schon einige Minuten her. Ich glaube nicht, dass die Antwort so lange kommt. Ich wollte ihn halt ausreden lassen. Wenn dieser Krieg so weitergeht, wird es keine Ukraine mehr geben. Das heißt, die Frage lautet nicht, sind wir bereit, mit Russland zu verhandeln, sondern unter welchen Bedingungen wird es einen Frieden geben? Es wird Verhandlungen geben. Und die Frage ist, ob das Kapitulationsverhandlungen sein werden oder Verhandlungen über den Kompromissfrieden. Und da fände ich Verhandlungen über den Kompromissfrieden wesentlich besser, sowohl für die Ukraine als auch für uns Europäer. Also, ja, einziger, der Interesse daran hat, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer auszukämpfen und uns Europäer dann eventuell da auch noch hinzuschicken, wenn es ganz schlecht für die Ukraine aussieht, das sind die USA. Die USA wollen uns Europäer gegen Russland aufwärtsen, damit sie sich auf ihren eigentlichen großen Gegner China konzentrieren können. Das ist die geopolitische Situation, die wir aktuell sehen. Harald Kujat hat das völlig richtig beschrieben. Und da sollten wir uns auf jeden Fall dagegenstellen. Also aus unserer Sicht ist das absoluter Irrsinn. Und entsprechend sollten wir erstmal alle Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und dann Druck auf die Regierung in Kiew ausüben, dass sie endlich einem Kompromissfrieden zustimmt. abonniere Waffen mit ihnen abonniere Waffenlieferungen abonniere Waffen abonniere Waffen